Musik Yo, was geht ab Leute? Hier ist euer Gorilla Botschafter Moses in der Haus. Ihr seid immer noch am Start und das ist richtig fresh, deswegen gibt es zu diesem Video einen neuen Move, den Cripwalk. Cripwalk wird auch C-Walk genannt und es ist interessant zu wissen, dass die Gang Crips aus L.A. kommen und mit denen ist auf jeden Fall nichts zu spaßen. Wir beginnen mit dem Move, indem wir ein Bein anwinkeln und uns zur Seite bewegen und dann auch leicht rüberspringen. Nochmal 5, 6, 7, 8 und 1. Und jetzt kommt der schwierige Part, dass wir uns nur über die Fußspitzen natürlich abwechseln. Und 2, ja. Noch einmal 5, 6, 7, 8 und 1 und. Ja, das heißt, die Fußspitzen kommen immer vor und wir landen nicht auf den ganzen Füßen. Noch einmal 5, 6, 7, 8 und 1 und. Sobald wir jetzt in dem Fall mit dem rechten Fuß vorne stehen, ziehen wir dann mit dem hinteren Bein rüber zur anderen Seite, landen dann auf der anderen Seite und bewegen uns genauso abwechselnd. Okay, von vorne 5, 6, 7, 8 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Ja, vergesst dabei nicht, hier, wenn ihr zur Seite angekommen seid, switch, switch und das ausholen, dass man das deutlich sieht, dass ihr dann zur anderen Seite springt und diesen Bewegungsablauf nochmal deutlich ausführt. Und macht es auch nicht zu klein, sondern wirklich deutlich. Die Arme sind lässig am Körper beim Tanz und der Move an sich ist sehr advanced, deswegen lasst euch da ein bisschen Zeit, habt aber viel Spaß dabei und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.